Willkommen zu einem neuen Infovideo. Ja, lang ist es her, es war doch klar, irgendwann gibt es noch wieder was zum informieren. Haben doch mal alle drauf gewartet. Und zwar seht ihr vielleicht, die Videos in letzter Zeit sind ein bisschen unregelmäßiger. Ich habe mich jetzt, ich halte mich da einfach mal ganz kurz, ich habe mich natürlich entschlossen, bis zum 1.8. keine Videos mehr zu machen. Aber ab da dann nicht mehr wirklich eine Struktur an das Ganze ranzugehen. Also ich muss auch dazu sagen, es gibt noch ein paar Videos, ich glaube es sind zwei TTT-Folgen, die eben noch online stehen auf dem Kanal hier. Aber wie gesagt, am 1.8. geht es dann wieder los und da wird es dann auch wirklich eine Struktur geben. Es wird neue Projekte geben, wie beispielsweise City Skylines kann ich da sagen oder Prison Architect. Und natürlich auch alte Projekte, TTT, Tabletop Simulator, Rocket League wird wieder kommen, genau wie GTA 3, Need for Speed Hot Pursuit, werde ich auch weitermachen und noch, Gott weiß ich alles. Ich habe auch gesehen, dass euch das Monatsbest, äh Quatsch, das Best-Off sehr gut gefallen hat. Deswegen werde ich eventuell einfach mal ein Monatsbest-Off machen, mal gucken, wie ich damit klarkomme. Und ja, das Ganze wird dann, denke ich mal, so erste Woche vorm September erscheinen. Aber wie gesagt, bis zum 1.8. keine Videos mehr, danach mit einer Struktur, ich sitze auch aktuell im Ablaufplan. Ja, damit würde ich sagen, bis August und falls welche Ferien haben, schöne Ferien euch. Tschüss! Ja, danke, es geht. Vielen Dank.